Bei Bauer sucht Frau sucht Rindermäster und Pferdehalter André nach der Frau fürs Leben. Seine letzte Beziehung liegt bereits einige Jahre zurück und ging besonders traurig in die Brüche. Bauer sucht Frau André. Trauriges Geheimnis um seine Vergangenheit. Kann er bei Bauer sucht Frau nun seine große Liebe finden? Rindermäster und Pferdehalter André, 29, aus Friesland sucht in der RTL-Kuppelshow in diesem Jahr sein Liebesglück, nachdem er die letzten acht Jahre als Single durchs Leben ging. Dabei hat André ein trauriges Geheimnis, wie er im Interview mit RTL nun offenbarte. Vor einigen Jahren nahm der Landwirt nämlich sage und schreibe 40 Kilogramm zu, aus Kummer. Nach Betrug von Ex-Partnerin betäubte er seinen Kummer mit Essen. Der Bauersucht-Frau-Kandidat musste nämlich vor knapp acht Jahren eine bittere Trennung nach sieben Jahren Beziehung verkraften, nachdem er auch noch von seiner damaligen Freundin betrogen worden war. Der 29-Jährige schildert, ich wurde von meiner damaligen Partnerin betrogen. Das war so der letzte Kick, der die Beziehung beendet hat, so André. Schon zuvor hatte es zwischen ihm und seiner heutigen Ex-Freundin gekriselt, die beiden hatten sich auseinandergelebt. Dennoch hinterließ der Betrug Spuren. In der Zeit ging es mir dann einfach so schlecht, so der Pferdehalter. Seinen Kummer beträubte André dann kurzerhand mit Essen. Ich habe mich vergessen, zu viel gegessen und nicht auf mich geachtet, gibt er zu. Als er 40 Kilogramm mehr auf die Waage brachte, zog der Bauersucht-Frau-Kandidat dann die Reißleine, um wieder er selbst zu werden. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja nun dank RTL und Inka Bause mit der ganz großen Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank.